Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play World of Warships und heute will ich euch mal die Michael Kutushoff zeigen. Die Michael Kutushoff ist ein 8er Premium Kreuzer, den habe ich ja eh schon mal in einer Preview vorgestellt, aber auf dem Live-Server ist es halt doch nochmal was anderes. Deswegen ein reines entspanntes Gameplay ohne auf die Daten, Zahlen, Fakten einzugehen, weil das habt ihr ja im ersten Video schon gesehen, allerdings hier mit dieser schönen Tarnung zu beachten. Ich habe es hier mit den Fahnen, das heißt in dem Fall, wie man sieht, 50% im Gefecht verdiente EP, was eigentlich Quatsch ist, weil eigentlich brauche ich Credits, aber egal. Das habe ich übrigens dann jetzt im Video am Ende falsch gesagt, weil ich dachte ich hätte die Credit-Fahne drin und nicht die EP-verdiente Fahne. Also nicht wundern, wenn ich am Ende des Videos sage, was ich, wie viel ich bekomme, das ist natürlich obsolet. Dann schaut jetzt mal zu, weil die Runde habe ich gerade eben vor dieser Runde hier gefahren, also von dem her ganz frisch und heiß. Also guckt es mal rein. So, hier sehen wir also die Perle jetzt mal in Aktion, beziehungsweise wirklich in den Weltmeeren, also jetzt nicht nur im Hafen, sondern das ist sie. Ein wirklich schönes Schiff, muss man einfach mal sagen. Von den Werten her ist die Atago aber in fast allen Werten eine kleine Nuance besser. Dafür hat man halt diese schnell schießenden Kanonen. Also da muss man einfach überlegen und schauen, was gefällt einem in der Tendenz besser. Also ist natürlich wie immer ein bisschen ein Spielstil oder eine Frage des Spielstils natürlich. So, die sympathische, nette, liebreizende Stimme hat uns mitgeteilt, die Schlacht beginnt und dementsprechend hoffe ich jetzt auch mal, dass das so der Fall ist. So, die Hatsuharu, die kommt da nicht zu sehr nah. Im 16 Kilometer Reichweite der Geschütze, da sieht man es jetzt ganz gut, 16 auf den Meter genau. Und ich habe zur Zeit immer häufig den Fehler gemacht, dass ich einer der ersten war, der irgendwo reingefahren ist. Ich werde versuchen, mal ein bisschen dezenter zu spielen, weil eigentlich ist die Stärke, wenn man jetzt nicht unbedingt fokussiert wird, sondern selber dann einen Gegner rausfokussen kann, der irgendwo ein bisschen abgelenkt ist, weil da schießen einfach die Geschütze so schnell, dass man dann viel Unfug machen kann. So, ja, die gegnerischen Streitkräfte, die sind ganz schön weit weg. Ungeskillt sind die Torpedos bei 2 Minuten 10 Nachladezeit. Also man kriegt es natürlich mit dem Kapitän und so ein bisschen runter. Allerdings aber eben trotzdem eine nicht zu vernachlässigende lange Zeit. Dementsprechend sollte man sich wirklich auf die Geschütze fokussieren und dann erst mal den Torpedo rausholen. Wenn ihr Ferkelchen was anderes denkt als den Torpedo, den ich meinte, dann Ferkel. So, getroffen. Einer, aber kein Schaden dabei. Jetzt haben wir mal einen Tausender gemacht. Na, und noch mal ein bisschen was. Aber nichts wirklich hohes. Nach dem Euro komme ich nicht. Alles zu weit jetzt weg. Die Erober cappt hier. Das macht sie gut. Sie steht nämlich so, dass er nicht beschossen werden kann. Schöne Cap-Taktik. Gerade ein Armbar dessen, dass der Gegner schon A und, also B und A gleich hat. Ist gut, dass wir hier wenigstens hier auf C da den Cap einnehmen. Und C gehört jetzt wirklich uns. Sehr gut, Erober. Ein kleines Fleißbienchen an dieser Stelle. So, ich bin offen. Von wem bin ich denn jetzt bitte offen? Aha, da ist also jemand auf C. Das ist ja spannend. Sollte doch hoffentlich auch gleich aufgehen. Ist nämlich auch in dem Fall einer der Zerstörer. Auch schon die ersten 1.000 weg. Und jetzt wird es mir zu heiß. Und jetzt wird es mir zu heiß. Weil, einen haben wir ja. Und wie gesagt, gerade mit der Tierpitz. So, jetzt muss ich auch noch aufpassen, da auf die Tops. So, ja. Das Problem ist beseitigt. Nebel steht. So, und jetzt, ich will nämlich rechts rum. Sollte das auch funktionieren? Ja, das geht sich aus. Und jetzt haben sie aber auch noch wiederum den C-Punkt geholt. Ja, die sind fleißig. Ja, die Miyoko, die ist da hinten. Und ich bin schon wieder offen. Aber nach wie vor natürlich hier der Zerstörer, der da hier im Wasser ist. Deswegen bringt es jetzt auch nicht viel auf C zu gehen. Weil der da einfach seinen Vorteil hat mit seiner Sicht. Und da muss ich aufpassen. Da kommt die Sonne. Um ein bekanntes Rammstein-Lied zu zitieren. Flugzeuge über mich, das wäre schön. So, und jetzt schießen wir doch mal mit den Torpedos. 8 Kilometer Reichweite. Aber wenn der, die Tierpitz natürlich so ist, dass er da auch in mich reinfährt. Umso schöner. Gibt's nicht. 112. Und ich schaffe es nicht, die zu versenken. So, die Tierpitz leider ganz anderen Kurs. Und jetzt drauf mit den Schellen. Brennt wenigstens lichterloh, das ist schön. Immer fleißig drauf auf die Luzi. Und wenn du wegbremst, ist mir auch egal. Hauptsache, du bist weg. So, jetzt komme ich an die nächsten Schüsse. Aber er steht jetzt da so halb. Weil da jetzt einfach mal das Problem, was ich sonst immer hatte. Und zwar Festland. So, brenn. Brenn einfach. Ja, genau. Langsam aber sicher die Nadelstiche. So, das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Natürlich, ganz klar. Mit den mehreren Punkten, die sie haben. Deswegen, ich werde jetzt mal wieder Richtung C fahren. Außerdem kommt mir von da drüben einfach auch viel zu viel. Für meinen Geschmack. B wird Gott sei Dank schon gecappt. Da hat der Zerstörer gut aufgepasst. Da drüben jetzt eine Cleveland, die für mich zu beschießen wäre. Aber die fährt weg. Dafür, wenn eine Nürnberg, die da auch noch kommt. Ah, komm schon. Admiral Lindemann. Admiral Lindemann. Sind wir jetzt hier bei der Rammstein. Wenn die Rammstein kann. Die Sonne. Der Lindemann. Können wir jetzt noch drüber klatschen. Dratschen. Über Sophia Tomala sprechen. Da haben wir alles dabei. Okay. Da die Miyoko. Da unterstütze ich mal die Hatsuharu so ein bisschen. So ein Treff, aber der dürfte nicht viel gemacht haben. Wenigstens die Cap, beziehungsweise den Cap von ihm abgebrochen. Und Push the Button hat ihn weg gemacht. Sehr gut. Sehr gut. So, und jetzt die meisten der Gegner sehen wir jetzt hier. Komm schon. Griff den Papa. 300. Erbärmlicher Schaden. 2.000 ist ein bisschen besser. Komm schon. So, jetzt ist mein Supporter unten weg. Na, der war dafür ein bisschen schwerwiegender. Wir fahren hier auch sehr passiv dafür, dass sie hier eigentlich zu dritt sind. Aber jetzt bin ich natürlich sowas von im Fokus stehend. Und da kommt schon wieder eine böse Insel. Muss hier aufpassen, dass ich nicht so manövriere, dass ich mich da vorne in die Insel manövriere. Ich würde gerne da vorne dann gleich rechts abbiegen, wenn ich um die Insel rum bin. So, jetzt folgt mir die Nürnberg so, dass ich schön mit HE auf sie schießen kann. Weil von vorne da ist einfach AP vom Winkel nicht so top, deswegen lieber jetzt HE drauf und gut. Hat sie wohl auch gemerkt, dass das gar nicht so cool ist, wie sie mir da folgt. Deswegen dreht sie jetzt auch schon bei. Ja, noch habe ich ein bisschen... Oh, nee. Alter, war das knapp. Also dafür, mein Freund. Hast aber jetzt sowas von ne Salve verdient. Der war knapp, der war sauereng. Aber klar, da war natürlich ich so lange offen, dass er ganz genau wusste, wo meine Route ist und wo ich komme. Also, dass ich da durchkomme, war einfach eng. aber da sieht man eigentlich dass mal dass die ganz ganz ordentlich im wasser liegt so dem wir jetzt auch doch uns gekämpft sehr sehr schön in b ist noch niemand und fünf minuten noch auf der uhr das schaut bisher sehr sehr souverän aus so den angezündet wie du mir so ich dir scheinbar so und da jetzt noch die tierpitz hola die waldfee da ist noch nicht aller tage ende oder feierabend aber gott sei dank tierpitz schaut nicht auf mich dementsprechend kann ich mich hier austoben wenn sie direkt zum brennen aber leider schon gelöscht direkt aber jetzt noch mal angezündet oder auch nicht wenn zumindest visuell nicht wirklich jetzt nur kein munitionslager mehr treffen die letzten meter sozusagen so gesehen und darf drüben wird die tierpitz gleich zerstört werden auch noch mal drei treffer gemacht da dürfte gleich überall finito della musica ist ja da ist es rum da war es doch eine vernünftige runde mit der michael bitte hierbei beachten dass ich die fahne für die credits drauf habe also von dem her nicht dass ihr denkt wo auch krass so viel xp sondern es gab natürlich ein bisschen was dank der fahne 1747 xp und was haben wir gemacht 40 60 70 75.000 schaden ja das kann man doch lassen 75.000 schaden den erhaltenen schaden sehen wir hier aber den haben wir ja im spiel gesehen und sehen jetzt praktisch was haben wir netto rausbekommen 300.000 gab es raus mit der flagge also unterm strich doch ganz ordentlich ja dann hoffe ich hat euch die folge gefallen ich wünsche euch alles gute bis zum nächsten mal euer ekaramba bis zum nächsten mal